Musik 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 What this is? No! Oh! 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 Und Flanke! Oh! Unglaublich! Oh! 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 Yeah! Uh-oh! Woo. Komm jetzt, der Weg ist dumm. Ja komm jetzt. Komm jetzt, komm jetzt. Offside. Ja, 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 ja! Geh schnell! Geh, 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 gib! Geh, geh! Geh, geh, steh! Geh durch! Das muss ich noch nicht! Nein, Kai, lass mal reichen! Geh da durch, hier, das gibt's doch gar nicht. Wir lassen den linken da durchlaufen und das gibt's nicht. Ich bin mal so weiter. Ich schalte jetzt immer noch eine. Ja, jetzt komm! Komm! Und! Jetzt! Und! Und! Applaus Aber schön, dass er jetzt seine ersten Treffer für Gießen erzielt hat und ich glaube, dass er ihn das auch beflügelt. Und dass du gegenüberlich ein Gegentor bekommen kannst, das ist zwar jetzt ärgerlich, aber letzten Endes, das macht die ja auch aus. Die brauchen halt auch nicht viele Chancen und die sind vorne schon gut. Musik Gewaltig strecken mussten, insbesondere in der ersten Halbzeit, weil Gibrich gut organisiert stand und weil sie auch gut verteidigt haben. Wir haben auch den Fehler gemacht in der ersten Halbzeit, dass wir zu viel mit langen Bällen operiert haben und die dann auch noch ins Zentrum, nicht auf die Außen. Und wir hatten überhaupt keine Zeit, dann nachzuräumen, weil die Entfernung einfach zu groß war. Musik 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 Einiges müsste ich tun.